Dieser Industriesauger eignet sich besonders für den professionellen Einsatz bei mittlerem bis höherem Reinigungsaufkommen in Industrie und Gewerbe. Mühelos verfahren wird der Sauger auf einem Fahrgestell mit Schiebebügel und zwei Lenk- und zwei Bockrollen. Der Behälter lässt sich aus dem Fahrgestell nehmen. Der Sauger verfügt über leistungsstarke Turbinen, die bei den mehrmotorigen Modellen einzeln zugeschaltet werden können. Der Edelstahlbehälter mit wahlweise 30, 70 oder 80 Liter Volumen ist robust und korrosionsbeständig. Er sorgt für lange Arbeitsintervalle ohne Leerung. Der Kunststoffgriff am Saugerkopf ist elektrostatisch ableitbar und somit sicher in der Handhabung. Für die Entfernung von nassen und trockenen Verschmutzungen befindet sich im Sauger ein herausnehmbarer Filtersack und ein Filterelement. Aufgesaugte Flüssigkeiten werden bei den größeren Behältern über einen Schlauch abgelassen. Mit diesem Industriesauger erhalten Sie leistungsstarke Motoren und Top-Qualität zum günstigen Preis. Er wird Ihnen mit umfangreichem Zubehör geliefert.